Hallo meine Lieben, ich bin's euch Thomas aka Sparkojote. Heute geht's in diesem Video mal um etwas ganz Spezielles und zwar gab's ja erst kürzlich einen Beitrag bei der Online-Zeitung, könnte man sagen, Watson.ch und da gab's richtig krasse Kommentare, die ich auch irgendwie feiere und ich würde die gerne ins Video reinpacken und einfach so ein bisschen meine Meinung dazu erzählen oder einfach mal drauf reagieren. was das genau für Kommentare sind und für die Leute, die nicht wissen, um welchen Online-Artikel es geht, den verlinke ich sonst in der Videobeschreibung unten, da könnt ihr kurz reinlesen, ist ein Online-Artikel über mich und die Kommentarsektion ist relativ gut besucht, ja das sind über 300 Kommentare und ich habe mir hier jetzt ein paar rausgesucht und die werde ich jetzt vorlesen und so ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Vielleicht kurz vorweg als Kontext in dem Beitrag ging's eigentlich so ein bisschen um den Minimalismus, um das Sparen, um das Investieren und ja, also wie ich mit 30 eine Million haben möchte oder sparen möchte, investieren möchte und so weiter und ja, das ist so ein bisschen der Kontext vom Ganzen. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem, ja, ersten, ja, Kommentar an, ich habe jetzt hier mein Handy bereit und ich habe hier alle Kommentare drauf, die ich vorlesen möchte und zwar ist es der erste, äh, von Iona L, ja. Mit einer Million wird er aber nicht weit kommen, okay, ähm, ja, kann sein, weiß man nicht, äh, ich werde auf jeden Fall, äh, ja, an meinen Zielen arbeiten, ist natürlich nur eines der Ziele, äh, eines der monetären Ziele, aber da gibt's ja ganz viele andere Ziele auch noch, aber mal schauen, also besser eine Million haben als nicht haben, ja, wenn ich's dann überhaupt schaffe. Jetzt haben wir einen Kommentar, ähm, von, äh, hallo, ibims, ein after 8, um viertel vor 8, essa, okay, alles klar, äh, und dann mit 30 das gesamte Vermögen in Bitcoin investieren, ist ein todsicherer Tipp, glaube mir, definitiv würde ich auch so unterstreichen, äh, äh, ja, Vorsicht, Ironie, meine Lieben. Dann haben wir Lamy23, ich finde den Ansatz super und verstehe nicht, warum manche Menschen das Gefühl haben, scheinbar auch hier in den Kommentaren, dass das Leben nur durch Konsumieren genossen werden kann. Was ich aber bezüglich Sparen beim Essen sagen muss, dort spare ich nicht, nachhaltige Produkte sind teuer, das Essen ist nachhalt, in nachhaltigen Restaurants auch, und das ist richtig so. Also grundsätzlich, ähm, ein positiver Kommentar, ja, kann ich auch nur zustimmen, und, ähm, hier hat sich das so ein bisschen auf die, äh, Challenge bezogen, weil ich jetzt im Februar, äh, da nehme ich jetzt das Video auf, ähm, eine 100 Franken Essens-Challenge mache für den ganzen Monat, um einfach mal auszuprobieren, ob das überhaupt geht hier in der Schweiz, und, ja, also grundsätzlich, ich gebe auch, äh, mehr eigentlich pro Monat aus für Essen, als diese 100, äh, Franken. So, jetzt haben wir hier, Think Deeper, gratuliere, im Grunde eine weitestgehend gute Einstellung, finanzielles, selbstverantwortliches Handeln und Sparen in der Zeit für die Not, bzw. Leben können vom Ersparten ist ein intelligenter Ansatz, statt jede Werbung und Güter zu konsumieren, auf Langlebigkeit zu achten, auch. Dazu braucht es das Ersparen der ersten Millionen, da auf eine soziale Gesellschaft kein Verlass ist, alles klar. Ähm, ja, also grundsätzlich, äh, stimmt der mir auch so ein bisschen zu, dass halt einfach selbstverantwortliches Handeln, das sage ich ja auch immer, Selbstverantwortung übernehmen, äh, nie verkehrt sein kann, meiner Meinung nach, und, ähm, ja, also, jetzt, diese Millionen, die wird ja immer wieder erwähnt, äh, finde ich irgendwie schade, Aber ist natürlich halt eine gute Headline, ähm, aber grundsätzlich ist es ja, äh, ist es ja dann ein Mittel zum Zweck, es geht ja nicht hier ums Geld an sich, sondern, ähm, ja, also, es ist eigentlich ein Mittel zum Zweck. Das sage ich ja auch sehr oft, dass Geld eigentlich, ähm, ein Nebenprodukt ist von dem, was man eigentlich macht und nicht eigentlich das Hauptziel ist, ja. Dann haben wir von, leider geil, äh, ja, Starbucks Classic Hot Chocolate, okay, hier habe ich aufgehört zu lesen, so ziemlich dat, unnötigste, was man sich leisten kann aus meiner Sicht. Der Typ wird wohl sonst auch nur Billigstnahrung und die Billigstprodukte konsumieren. Auf Kosten der Umwelt, Fugalist, ist das eine Substitution, meine Güte, ich kann das Wort gar nicht aufbrechen, für Geizhals, ja, ihr könnt es selber lesen. Ähm, ja, also irgendwie ist jetzt hier schon mal, äh, das wird auch oft erwähnt, ich bin Widerspruch, weil ich zum Beispiel auch, äh, Minimalist bin und aber einen Webshop, äh, führe, aber das hat ja auch nichts damit zu tun. Das ist ja wie, wie wenn ich jetzt immer noch, äh, bei der Bank arbeiten würde, ja, und ich bin Minimalist, ja, und, äh, bei der Bank ist es ja so, dass man, äh, Kredite sich nehmen kann, Konsumerkredite, Hypotheken für den Konsum nehmen kann und ich arbeite jetzt bei der Bank und das ist ja noch nicht vertretbar. Das kann man überall hin, äh, projizieren. Ich bin jetzt zum Beispiel Minimalist, ja, und ich arbeite jetzt als Kassierer im, äh, Mikro oder im Coop und da geht es jetzt nur um Verkaufen von Produkten. Das ist ja auch wieder, also, ja, also hier auch wieder ein Widerspruch, weil das Starbucks Classic Hot Chocolate ist ziemlich teuer und dann hier wieder Billigstnahrung. Äh, hier geht es halt auch wieder um das Video, das da verlinkt worden ist, wegen dieser 100 Franken Challenge, weil grundsätzlich gebe ich ja mehr aus. Es geht jetzt einfach hier um diesen Februar, das ist eine einmalige Challenge und, ähm, ja, und übrigens Starbucks Classic Hot Chocolate, äh, die, die, äh, mich schon länger verfolgen, die wissen ja, ich arbeite sehr gerne dort und da ist es dann relativ eigentlich ein günstiger Coworking Space, ja. So, Fanta20. Sein Engagement, extrem sparsam zu leben, mindestens aus ökologischer Sicht sicher löblich, aber ich sehe diese Fire Lifestyle insgesamt eher skeptisch. Gerade als 22-Jähriger kann noch viel passieren und ändern. Wie entwickeln sich zum Beispiel ein allfälliger Kinderwunsch? Was genau sind seine Pläne ab 30? Ähm, wie sieht der künftige Tagesablauf ohne klassische Arbeitsstelle aus? Gibt es einen Plan B? Falls die Idee in der Praxis dann doch nicht funktioniert, hält man mögliche Vorwürfe seines Umfelds aus, wenn man zum Beispiel als Geizhals oder Drückherberge bezeichnet wird? Mir wäre es zu heikel. Also, ich habe sehr, sehr früh gelernt, ja, das ist auch meine persönliche Meinung und ich werde jetzt hier vielleicht auch ein bisschen, äh, ein Fluchwort reinwerfen, ja, scheiß auf die Meinung von anderen Leuten, ja, also, und danach lebe ich grundsätzlich und die Leute, die mich halt persönlich kennen, ja, so engere Freunde, die vielleicht auch YouTube-Videos von mir schauen, ähm, die wissen das, äh, dass ich da eigentlich wirklich einen Fakt drauf gebe, was die anderen denken und einfach mein Ding durchziehe. Und mir ist es persönlich auch noch nie passiert, dass, äh, ich im privaten Umfeld, ja, mit Leuten, mit denen ich oft zu tun habe, Freunde, Familie und so, als Geizhals oder Drückherberge bezeichnet werde, ist noch, noch nie passiert, ja, höchstens vielleicht als, äh, Stichelei in dem Sinn, äh, auch wegen solchen Kommentaren, weil die sehen natürlich auch solche Artikel, aber grundsätzlich ist das so noch nicht passiert, ähm, und eben also Vorwürfe seines Umfelds in dem Sinn auch nicht. Es kommt dann halt sehr aufs Umfeld drauf an, ob man ein gutes Umfeld hat oder ein eher negatives, ja, äh, sehr individuell, ähm, und, ja, so, in dem Sinn, äh, ist es auch ein bisschen so, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich diese Millionen mit 30 erreichen würde, ja, dann, äh, dann, äh, ist es ja halt auch so, dass man, äh, wirklich, man kann sich ja dann auch Kinder, also Kinder muss man sich meiner Meinung nach in gewisser Form leisten können, weil wenn du halt nicht genug verdienst, dass du halt ein Kind dir wirklich leisten kannst zum Beispiel und nicht genug Geld hast, dann kannst du auch dem Kind meiner Meinung nach vielleicht nicht unbedingt das Beste geben, was du eigentlich möchtest. Und, ähm, ja, also grundsätzlich, äh, ich glaube, das, ähm, stört sich jetzt persönlich nicht und, äh, was auch viele, glaube ich, nicht so ganz verstanden haben, ich habe nie behauptet, dass ich aufhören würde zu arbeiten oder irgendwas zu machen mit 30, wäre ja völlig doof, weil, äh, ich gehe ja ans Mindset, ich möchte etwas arbeiten oder machen, ja, äh, oder an Projekten arbeiten, die ich sehr gerne habe, der Webshop, der Blog, der YouTube-Kanal und, ähm, dass mir halt langfristig Spaß macht und ich das dann auch noch ganz lange machen kann, also wirklich, da ist, ja, also grundsätzlich, das ist so die Antwort zu dem. Dann von Spooky, schlaues Bürschchen, bür, schlaues Bürschchen, aber sobald wir den Kapitalismus überwunden haben, nehmen wir eben alles wieder weg. Alles klar hier, ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Sp, äh, Spanish90, wenn ich mir hier die Kommentare lese, wundere ich mich nicht, warum die meisten doch knapp über die Runden kommen. Wenig bis keine finanzielle Bildung, wer heute noch glaubt, die Börse ein Casino. Aktien hoch spekulativ und Renditen von 7 bis 10 Prozent, äh, per annum langfristig seien unmöglich. Der ist selbst schuld, wenn die AHV, ja, das ist die gesetzliche Rente hier in der Schweiz, ähm, auf kurz oder lang ausfällt oder man mit 70 noch arbeiten muss. Mein Ziel vor 40, circa in 10 Jahren in Rente zu gehen und Zeit für die Familie haben und das geht auch ohne größeren Verzicht, eben nur mit finanzieller Bildung. Jo, kann ich vollkommen zustimmen und das hat richtig viele Blitze, also ich glaub, also das Herz ist ein Like und der Blitz ist eigentlich ein Daumen nach unten oder so, oder irgendwie was Kritisches. Ich weiß es gar nicht, aber kann ich gut zustimmen, genau. Blümerand, lustig wie hier alle seinen Lebensstil kritisieren, er ist sehr ökologisch unterwegs und macht sein Geld dank ihnen, welche den hemmungslosen Konsum frönen. Ich möchte auch nicht so viel verzichten, denn man weiß nie was passiert, Krankheit, Unfall, etc. Und ich möchte nicht bereuen, etwas verpasst zu haben, dennoch regt sein Lebensentwurf zum Denken an, wo man sparen könnte und wo es einem nicht weh tut. Ja, also muss ich zustimmen und eben, also Verzicht ist etwas sehr Persönliches und da hat jeder seine eigene Hemmschwelle und solange jeder glücklich ist, finde ich das ganz okay. Ich habe übrigens auch in letzter Zeit sehr viele Bücher gelesen, wo halt wirklich auch das Thema so Glücklichkeit und so weiter vorkommt und ich fand, da gab es so einen interessanten Ansatz und zwar ist Glücklichkeit oder Happiness, ja, ein Zustand, wo du keine Desires oder Gelüste hast in dem Sinn. Also auf Englisch wäre das, happiness is the lack of desire. Fand ich ganz eine interessante Denkweise und ja, also grundsätzlich, ja, also stimme ich den ganzen Kommentar zu, finde ich ganz normal, finde ich ganz easy. Dann haben wir Klaus Moser. Ich hatte für einen Moment die Sorge, dass es einen Sinneswandel geben und dieser Trend mehr Anhänger finden würde, denn dann würden weniger Leute konsumieren, die Unternehmen würden weniger Gewinne erzielen und Leute wie Thomas würden weniger Dividende erhalten, ja. Zum Glück merke ich aber beim Lesen der Kommentare, dass Leute die Illusion immer noch aufrechterhalten, das Geld glücklich macht. Viele glauben immer noch, jemand muss angestellt sein, mittags ins Restaurant essen, teure Kleidung tragen und Auto haben, um glücklich zu sein. Leider merken sie erst mit 60, dass dem nicht so ist. Also der Klaus Moser, der hat das irgendwie schön zusammengefasst, vielleicht auch mehr wieder in die andere Extreme, weil ich denke jetzt mal, die meisten sind keiner der beiden Extremen und auch ich zähle mich, vielleicht sehen mich Leute als ein Extreme an, ja, kann ich vollkommen verstehen, aber ich für mich bin auf dem Normalmodus, also ich operatee ja auf dem Normalmodus und möchte mich da auch immer wieder steigern für mich selber, nicht für irgendjemand anderen, sondern einfach für mich selber. Dann haben wir K. Vine oder Kevin, Kevin, nee. Der ganze Artikel ist irgendwie ironisch, oder? Ist das ernst? Ich hätte Fragen, Anmerkungen und Unklarheiten. Welche Zinsen, beziehungsweise von welchen Zinsen will er leben? Gut, dass er meint, er kann von Zinsen leben, liegt wohl daran, dass Mathe nicht seine Stärke ist. Verzeih sie es ihm. Das ist, wieso er das schreibt, weil ich habe im Artikel geschrieben, ganz unten noch, was wissen Leute nicht über mich? Ich habe die Berufsmaturitätsschule bestanden, aber ich habe Mathematik mit 3,9 nicht bestanden, weil wir müssen eine 4 haben, um Mathe zu bestehen, ja, oder allgemein. Rassekatz, aber kein Bett. Ja, viel Spaß mit 50, hallo Rücken oder auch früher passiert mir mit 32 auch schon, alles klar. Ja, 2-3 Mal Wochenfleisch ist nicht der Mega-Verzicht, oder? Okay, ja. Geld macht also nicht glücklich. Aha, weshalb die Millionen als Ziel? Wahrscheinlich als Großspende, oder? Also ich glaube, da wurde nicht ganz verstanden, was eigentlich das Ziel war. Ja, also die erste Frage, wie kann man von Zinsen, also es sind ja nicht direkt Zinsen, je nachdem schon, wenn man in P2P-Kredite zum Beispiel investiert, aber halt in Aktien hast du halt Kursgewinne, Dividenden, ja, und wenn du langfristig investierst, hast du Dividendenwachstum, Kurswachstum, über Jahrzehnte, Dekaden und so weiter. Ja, Rassekatz, aber kein Bett, das hat ja nichts miteinander zu tun. Wir haben ein Bett in dem Sinn, wir haben einen Futon, einen japanischen Futon, haben wir sogar extra aus Japan importiert, damit wir wirklich einen guten Futon haben, ja. Und, ja, also sehr viele Leute, ja, auf der Welt schlafen einfach auf dem Boden in dem Sinn oder auf eben so einem Futon und, ja, also es ist auch durchaus, ja, sagt man so auch viel gesünder und ich mag es eigentlich auf einer harten Oberfläche zu schlafen und ich schlafe wie ein Baby und fühle mich tiptop, ja. Ja, ähm, zwei- bis dreimal Wochen, ja, also es ist, ich sag's jetzt mal so, wenn man jetzt mal so den Durchschnitt anschaut, wie viel Fleisch gegessen wird, da würde ich mal schätzen, da wird jeden Tag Fleisch gegessen, mindestens bei einer Mahlzeit, wenn du so eine Durchschnitts, ähm, also so einen Durchschnitts, äh, ja, Menschen anschaust, der halt da, äh, normal ist, ja, oder auch im Restaurant, da ist, glaube ich, fast jeden Tag mindestens eine, ob es jetzt Abendessen, Frühstück oder irgendwie Mittagessen ist, einmal Fleisch dabei und darum finde ich zwei- bis dreimal Fleisch pro Woche eigentlich ein guter Kompromiss. Ähm, ich hab's ja mal auch ausprobiert, komplett einen ganzen Monat ohne Fleisch, das fand ich dann irgendwie schon zu viel, weil ich Fleisch eigentlich sehr gerne mag, äh, aber ja. Und, äh, und, äh, Geld macht, also Geld an sich macht ja nicht glücklich, das ist völlig klar, aber, ähm, es ist halt eine gewisse Freiheit, es ist halt eine gewisse Sicherheit, die man halt hat, die halt das Wohlbefinden unter Umständen auch verbessern kann, also grundsätzlich, ähm, ja. Heizgeißbühler. Ich bin überzeugt, dass der Junge noch in jungen Jahren zum Millionär bringt, bin schon älter und habe es dank harter Arbeit und Investitionen zum Wohlstand gebracht. Dieser junge Herr hat auch einen Blog, welchen ich verfolge. Leider muss ich feststellen, dass für viele junge Leute von heute Arbeiten, Sparen, Investieren ein Fremdwort ist. Sie kaufen lieber teure Apple-Produkte, die kaufe ich übrigens auch, äh, nee, aber, äh, Spaß beiseite. Und, ähm, schauen Netflix, gehen für teures Geld in die Ferien, leasen Autos und nehmen Kredite für Möbel und Luxusgüter auf. Schön gibt es vereinzelt noch junge Leute wie dieser Thomas. Ja, danke, Heinz. Dann haben wir hier Anti, Anti-Gon. Tut alles nur des Geldes wegen, sagt dann aber, dass Geld nicht alles ist und macht nicht glücklich. Sehr paradox. Okay. Dann haben wir hier Hendrik, äh, den Kommentar finde ich auch ganz geil. Dachte ich zunächst auch, aber eigentlich strebt er einen Zustand an, wo ihm Geld egal ist, weil er dann genug hat, für was er will, ohne sich Neues beschaffen zu müssen. So gesehen, ja, wird ihm Geld egal. Also, grundsätzlich hat er das gut irgendwie, äh, versucht zu formulieren, ja. Und, ja, also, kann ich jetzt, äh, zwar, ja, kann ich jetzt nicht großartig ergänzen. Finde ich eigentlich ganz okay, wie er das auch formuliert hat. Dann haben wir Aspargus. Ist das nicht irgendwas zum Essen? Wieder einer auf Insta, ja. Nun, er hat sich ein Thema ausgesucht, das diskutiert wird. Gratulation. Mit diesem Thema hausiert er jetzt bei allen Medien und erhält Gratis-Werbung. Aber er ging in die USA, geht in Starbucks, blondiert sich Haare und kauft eine Brille, die intelligent aussieht. Ich kaufe ihm nur ab, dass er beim Rasieren gespart hat, weshalb der Pflaum auch noch sichtbar ist. Ansonsten mal wieder Insta-Bullshit. Und dann hier der Klaus Musa wieder, ja, danke, an dieser Stelle, wenn du hier dieses Video schaust. Haha, er hat nicht das Thema ausgesucht, er bloggt seit drei Jahren. Die Medien haben dieses Thema aufgeriffen und ihn interviewt, ja, stimmt vollkommen. Und hier ist jetzt auch wieder so eine Sache, man kann es, das ist tatsächlich, das muss man auch mal gelernt haben, irgendwie, glaube ich. Man kann es nicht allen recht machen, weil jetzt kommen jetzt wirklich so viele Leute, die schreiben, ja, der lebt zu sparsam, der hat keine Ahnung was, der verzichtet auf alles. Und jetzt kommt hier einer, ja, der macht zu viele Dinge, ja. Das kann ja nicht sein, das hat ja nichts mit Minimalismus zu tun, bla, bla, bla. Und, ja, man kann es niemandem recht machen, das lernt man dann halt so relativ früh. Und, ähm, ich sage auch immer gern, das habe ich auch mal von, ähm, glaube ich, vom Kolja gehört, ähm, dass man wirklich, man muss sein Ding durchziehen und das einfach machen und dann wirst du halt Leute haben, die dich richtig abfeiern, ja, und die anderen Leute, äh, ja, feiern dich halt überhaupt gar nicht ab. Ja, das heißt, einfach dein Ding durchziehen. Ähm, Mostly Harmless. Er hat ja recht, wenn er sagt, dass viel Konsum nicht glücklicher macht als wenig. Wenn ich aber, äh, die diversen Scheißjob machen müsste, die er macht, käme ich nicht umhin manchmal über, hä? Ich komme jetzt nicht ganz klar, was mit diverse Scheißjobs gemeint ist, weil erstens mal, ich arbeite nur an meinen Projekten, also sprich an meinem Blog, an meinem YouTube-Kanal und meinem Webshop und an den Projekten, die ich sonst noch arbeiten möchte und ich weiß jetzt nicht, was mit Scheißjobs gemeint ist, ja, keine Ahnung. Ähm, Piatnik. Jung, dynamisch, erfolglos. Danke. Sehen wir dann in 10 Jahren und dann kann man da immer noch so ein Schlussfazit ziehen oder in 50 Jahren, ja. Leben ist ja langfristig. Echo der Zeit. Na, dann hoffe ich doch, dass er nicht vor 30 das zeitliche Segen ist und selbst wenn, ich habe ein gutes Leben gelebt und lebe immer noch ein gutes Leben. Ja, ist halt eine innere Einstellung. Der Medikus. Und dann mit 31 passiert dem jungen Kerl was, nur verzichten für ein späteres, besseres Leben. Hm. Und dann mit 31 passiert dem nix. Mit 60 passiert dem nix. Mit 80 passiert dem nix. Und dann hat man, ja, kann man halt so sehen, wie man möchte. Ja, Pessimist, Optimist. Ich bin eher Optimist. Der Denker. Witzig wird auch, wenn er die Vermögensteuer darauf bezahlen muss. Dann ist sicherlich der Zins zweimal weg. Nicht zu vergessen, dass auch die Rendite versteuert werden muss. Also wird da wohl nichts mit dem. Der IT-Guy. Naja, so schlimm wird das nicht sein mit der Schweiz, wie du uns hier weismachen möchtest. Also, ich glaube der Denker, also ich bin selbst kein Steuerspezialist. Ich gebe es zu. Ich mache ja auch meine Steuern nicht selber. Ich habe einen Steuerberater. Aber ich weiß, dass die Schweiz ein Einkommenssteuerland ist. Und Vermögen praktisch überhaupt, also es wird besteuert, ja, aber es ist ein Promillebereich. Und ist nicht die Rede wert. Also Leute, die Geld haben, die können Geld haben, so wie sie wollen. Aber sobald sie Geld verdienen, dann müssen sie, ja, dem Fiskus Geld zahlen. Ja, das ist meine persönliche Laie-Meinung und ich glaube, die stimmt auch. Aber hängt mich da nicht fest. So als Disclaimer. So, jetzt haben wir den letzten Kommentar. Gold Mandli. Vielleicht hegt er keinen Kinderwunsch. Soll es ja auch geben. Außerdem gibt es andere Anlageformen abseits der 1% Sparkontos. 1% Sparkontos gibt es überhaupt noch hier in der Schweiz? Bisschen viele Besserwisser in den Kommentaren, die ihm das madig machen wollen. Ja, guter Abschluss, würde ich sagen. Finde ich top. Passt so in dem Sinn. Kann ich auch so unterschreiben. Aber das mit den Kinderwünschen kann ich irgendwie auch nicht verstehen. Dass man da Sparen, ja, tatsächlich mit, ja, Kinderwünschen direkt, ja, entgegenstellt, dass das dann nicht klappen kann. Und, ähm, verstehe ich jetzt so auch nicht ganz. Weil ich habe, also, ich möchte irgendwann mal sicherlich Kinder haben. Aber nicht gerade jetzt in diesem Moment, weil mir das gerade zu früh ist. Und, ähm, ja, man muss sich da ja auch irgendwie bereit dafür fühlen, ja. Und, ja, also, grundsätzlich hat es der eine ja mit dem anderen meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun. Ist ja nicht so, dass, dass wenn man automatisch Minimalist ist oder wenn man anfängt zu sparen, zu investieren, dass man dann keine Kinder haben möchte. Macht ja irgendwie keinen Sinn, ja. Und, ja, also, grundsätzlich, ihr seht, die Kommentare sind natürlich, äh, sehr, sehr kontrovers. Gibt natürlich auch einige nettere Kommentare, die das auch so ein bisschen nachvollziehen können oder versuchen nachzuvollziehen. Aber grundsätzlich, ihr seht so ein bisschen, äh, in die Richtung, wo es halt geht. Ich finde allgemein das Feedback immer ganz cool. Auch wenn es Gegenwind, äh, teilweise ist, ähm, hilft mir natürlich in dem Sinn einfach mal so ein bisschen das, äh, kritische anzuschauen. Auch wenn es teilweise eher so ein bisschen ins Trolling geht, ja, diese Kommentare. Aber grundsätzlich hat mir diese, äh, ja, dieses Interview sehr gut gefallen. Und was auch daraus, äh, rausgekommen ist, die Interaktion und alles hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Wenn euch, äh, ja, mehr Kommentare interessieren, weil es sind wirklich über 300 Stück, schaut einfach in die Videobeschreibung. Und dort ist ein Link zu diesem, äh, Artikel. Da habt ihr sicherlich einige Lacher, ja, äh, garantiert, wenn ihr da so ein paar Kommentare lest. Und, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier ins Finanzrudel kommt, dann nehmt ihr mir den Abo-Button. Drückt, ja, und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, einfach die Glocke betätigen. Dann bekommt ihr immer eine Notification, entweder aufs Handy oder, äh, im Browser, wenn dann halt ein Video online geht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschö, Leute. Tschö, Leute. Untertitelung. BR 2018